Äh, ja. Holt mal das Segel ein. Ich will mal gucken, was der so auf dem Schiff hat. Nur Rum und Zucker? Na dann. So. Brauch ich nämlich nicht. So, wir werden uns jetzt von hinten an die Insel wagen. Ich hoffe ja, dass sich das lohnt, dass hier irgendwas Besonderes ist. Ups. Wieso? Wir sind doch gar nicht... Äh? Muss ja irgendwas unter Wasser gewesen sein. Na toll, jetzt haben wir wieder ein Dings verloren. Muss ich hier alleine rein? Oh, Tatsache. Schwupps, das war eigentlich nicht der Plan. Jetzt kommt nämlich das nächste Schiff, das auch noch kämpfen will. Feuer! Ah, jetzt werden wir noch eins verlieren. Feuer! So. Die Reparaturen führen wir irgendwann anders durch, aber nicht jetzt. Jetzt würde ich hier erstmal auf die Insel. Käpt'n über Bord! Genau so ist es. Und dann gucken wir uns hier mal um. Denn ich weiß ja gar nicht, warum hier ein besonderes Zeichen ist. Warum hier alles bewacht wird. Muss ja irgendwas Wichtiges hier rumschwirren. Guck. Und schon hat sich das Rote auch erledigt. Maya stillen zwei. Aussichtspunkte eins. Thron sechs. Hei, 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 hier gibt's einiges. Aussichtspunkte nur einen. Und dann so wichtig, tourisch, das Ganze? Ihr seid ja komisch. Der Aussichtspunkt soll da hinten sein. Und ein Assassinenauftrag da vorne. Und hier sind Maya stillen. Die nutzen wir mal gleich. Und geschafft. Und dann muss da der Punkt sein, wo wir graben dürfen, sollen, müssen. Und genau so ist es auch. Ja. Sehr schön. Freut mir. So, gleich nachladen. Da sind die Nächsten. Gut, dann gucken wir erst mal hier hoch. Die belagern ja alles hier. Terrorista, du bist auch so ein Terrorist. Komm runter. Runter, runter, runter. Und weitermachen. Oh, oh, oh. Lauf mal kurz, lauf mal kurz, lauf mal kurz. Nachladen. Das gefällt mir nicht. Umdrehen. Gut, jetzt haben wir schon mal Ruhe. Einmal nachladen. Du bist auch so ein Terrorist, du. Was du kannst, können wir schon lange. Wunderbar. Das war ein Grabräuberauftrag. Der wollte mal gucken, was er hier so schönes findet. Aber nicht mit uns. Ja, du bist auch noch da. Jetzt nicht mehr. Okay, hier gibt's Schätze. Deswegen sind wir hier. Nein. Natürlich. Als Piraten immer noch. Piraten der Karibik. Eine Truhe haben wir. Von sechs Stück. Und wir werden die anderen erst sehen, wenn wir unseren Aussichtspunkt hier aktiviert haben. Die alten Maya-Ruinen. Sehr schön. Gut, dann holen wir uns dieses Animus-Datenfragment. Wovon wir auch eigentlich schon fast 100 haben müssen, oder? Wir gucken mal. Inventar, Schatzkarten, Missionsgegenstände, Jagdzubehör, Missionsgegenstände, Templer-Schlüssel 3 von 5 erst und Maya-Steine 8 von 16. Okay, das dauert noch ein bisschen. Aber ich werde definitiv einschalten, wenn wir die letzten holen. Herstellung. Und bei den Templer-Schlüsseln sowieso. Fortschrittsanzeige. Was, wo war das andere? Oh, wo war das? Fortschrittsanzeige? Bestimmt. Wir haben Fundstücke. Nebenaktivitäten. Maya-Stehlen. Tavernen. Vergrabene Schätze. Oh, mit den Tavernen sind wir auch fast durch. 87% sind schon fertig. 78% Aussichtspunkte. Küstenforce 80%. Ja, es sind ja nur noch zwei. 60% Nebenaktivitäten heißt... Ach so. Ah, hier, guck mal. Ich würde gerne von allen wissen. Hauptschauplätze. Ich möchte das von allen wissen. Marine-Aufträge, Assassinen-Aufträge, Templer-Jagd, Templer-Jagd Anto, Templer-Jagd Ronadinsmore. Machen wir später. Das sind die Hauptsequenzen. Schade, das sieht man nicht. Abstergo-Herausforderung. Das ist alles beendet. Aus einer Höhe von 45 Metern ins Wasser springen müssen wir noch schaffen. Okay. Fünf Gegner mit dem Wurfpfeil hängen. Wir haben ihn noch nicht. Zehn Wachen durch wild gewordene Wachen eliminieren lassen. Aha, kriegen wir auch hin. Alle Assassinen-Aufträge vollenden. Sind nur noch sechs. Das geht. Das kriegt man hin. Pirat. Fünf Gläser rumtrinken. Ja, wo finde ich die denn? Fünf zuvor markierte Schiffe besiegen. Haben wir nicht allzu viele. Fünf verschiedene Galleonsfiguren besitzen. Da kommen noch welche dazu. Eine Jagdpatrouille. Stufe drei versenken. Kriegen wir auch noch hin. Der Entdecker. Drei versunkene Schiffswracks erkunden. Kommt noch. Alle Truhen unter Wasser plündern. 50. Dauert eine Weile. Das zweite haben wir schon durch. Und das dritte ist natürlich extrem. Alle 200 Animus-Fragmente sammeln. 200 gibt's. Zehn Haie überleben. Mit allen Aussichtspunkten synchronisieren. Zeh Hai-Angriffe überleben. Ach, das war so ein richtiger Angriff vorhin. Okay. Zwölf Aussichtspunkte noch. Kämpfer. Fünf Gegner entwaffnen. Drei von fünf. Fünf Gegner per Kopfschuss eliminieren. Fehlt nur noch einer. Und fünf von Rauchbombe beeinträchtigte Gegner in zehn Sekunden töten. Aha. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Jäger. Halt, was waren die anderen noch? Oh, da haben wir fast gar nichts. Eine Attentatserie mit fünf Gegnern erreichen. Ha, kann eine Weile dauern. Jäger. Fünf Hunde streicheln. Gut, das haben wir gleich erledigt. Das dann, da denke ich das nächste Mal dran, wenn ich einen sehe. Zehn Tiere mit dem Blasrohr erlegen. Okay. Fünf Tiere mit Wurfpfeil erlegen. Haben wir noch nicht. Äh, roten Brüllaffen erlegen. Kenne ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Alle Helden Upgrades herstellen. Sind auch nicht mehr allzu viele. Ein Tier von jeder Spezies heute. Fehlt nur noch eins. Alle Arten von Meerestieren harponieren und erlegen. Ja, drei Stück haben wir schon. Der Goldjunge. Der braucht noch jedes Minispiel einmal gewinnen. Und ansonsten gibt es nur noch da unten. Alle Upgrades für das Versteck kaufen. Fehlen noch drei. In Minispielen 2000 reales Gewinn und 100.000 reales Besitzen. Da waren wir kurz davor. Sie, 71.465 ist unser Rekord. Dann haben wir die Simulation. Drei soziale Schatzkarten teilen. Kenne ich nicht. Weiß ich nicht. Die Standorte von drei königlichen Konvois teilen. Die, ah, das ist glaube ich, ähm, hä, ist das mehr Multiplayer? 75% Gesamtsynchronisation erreichen ist bald der Fall. Denn 50% haben wir ja schon geschafft. Wir sind ja bei 60. Cheats? Will ich nicht. Nein, gucke ich nicht hin. Mir ist wichtig, dass wir diese anderen Dinge kriegen. Diese Statuen. Wenn wir wieder zu unserem Arbeitsplatz zurückkehren, was ja demnächst der Fall sein wird, wenn wir mit unseren Aufgaben fortfahren. Warum willst du nicht unter durch? Gut, wenn du nicht willst, willst du nicht. Keiner zwingt dich. Ah, so geht das. Und wieder eine Schatzkarte. Sehr schön. Ja, die müssen wir auch noch alle sammeln. Hey, das wird auch noch richtig lustig. Das Gute ist, dass wir uns ja zu fast jeder Insel porten können. Das heißt, wir werden keine Probleme haben. Also keine Sorgen. Kommen wir hier hoch. Tatsache. Das war ein sehr gewagter Sprung. Hauptsache die Kisten gehören uns. Richtig? Richtig. Eins. Und zwei. Schon sind wir bei 72.000. Wir kommen schon an die 100.000 ran. Keine Sorge. Das geht schneller, als wir eigentlich gedacht hatten. Ähm. Da gibt es noch die Maya-Stele. Machen wir später. Ich hole mir erst mal das Animus-Datenfragment. Ha. Ha, ha, ha. Ne, 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 ne. So nicht. Dann machen wir erst mal den Rest. So, da unten. Ach, da unten. Das ist natürlich auch sehr spannend. Und hat geklappt. Ah, durch den Heuerhaufen ist man natürlich verwirrt. Sehr gut. Ja, da gehen wir gleich hin. Ich gucke bloß noch einmal auf die Karte. Wir haben nämlich hier noch ein bisschen was vergessen. Dadurch, dass wir zu denen erst hingelaufen sind. Also umdrehen. Also umdrehen. Wir sind hier schon in der Nähe. Der Kiste. Nein, das muss ein Anzeigefehler sein. Alles gut. Ah, wir gehen. Na, wo gehen wir hin? Hier und dann links. Oder einfach runterrutschen. Das geht natürlich auch. Da haben wir schon mal eine Schatztruhe. Sehr gut. Die nächste ist weiter südlich. Bei unserem Schiff. Haben wir also knapp verpasst. Sind wir dran vorbeigelaufen? Da oben ist auch schon das Animus-Datenfragment. Gehst du da hoch? Ja, gehst du. Das würde ich dir auch empfehlen, mein Freund. Sehr gut. Warte, eins fehlt noch. Ach, das war da oben, ne? Wo wir runterspringen mussten. Ja, dann laufen wir noch mal hin. Ist nicht schlimm. Und da muss noch eine Schatzkiste sein. Ha. Sehr gut. Wunderbar. Eine Schatzkiste fehlt noch. Und ein Animus-Datenfragment. Dann können wir uns hier schon wieder verpieseln. Ach ja, und die Maya-Steele. Natürlich. Bloß nicht vergessen. Eines der wichtigsten Dinge. Ich hoffe ja, dass wir irgendein Maya-Outfit bekommen oder sowas. Sehr gut. Das hättest du jetzt nicht machen müssen. Mal springt er runter, mal will er hoch. Er weiß auch nicht so genau, was er will. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem wir nie wieder hochkommen, wollte ich schon sagen. An dem wir runterspringen müssen. Schrupps. Ab ins Wasser. Und da haben wir die Truhe. Da müssten wir eigentlich alles haben. So ist es. Maya-Steele nicht vergessen. Nebenbei noch mitnehmen. Tada. Hi, noch ein Schlüsselstahl. Ja. Gut. Und jetzt noch die Truhe. Dann sind wir durch. Dann haben wir auch diese Insel komplett erkundet. Roms. Hier gibt es übrigens irgendwas Tiger-artiges, Panther-artiges. Da werde ich wahrscheinlich später nochmal drauf zurückkommen, wenn wir die dann jagen. Denn so sind sie ja nicht unterwegs. Ich habe sie jetzt nicht gesehen. Und da oben sind mir oder lungern mir zu viele Leute rum. Das wird nachher nicht mehr der Fall sein. Okay. Das ist komplett durch. Dann sind wir soweit auch fertig, ne? Das heißt, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, da habe ich wieder ein paar Inseln fertig. Dann werde ich das hier auch fertig haben. Oder noch ein paar Höhlen gemacht haben. Vielleicht noch ein paar Unterwasser-Abenteuer. Einiges gesammelt haben. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder mit den Missionen. Und den Forst. Bis nachher.